Hallo liebe Leute. Der kann ich ja starten, ne? Oh mein Stefans Zuschauer, hallo! So, dann wollen wir mal. Sooo... Stefan ist live, ja. Wart für'n Zufall. Wart für'n Zufall. Gucken wir das heute mal so klappen, in Internetverbindung. Hoffen wir besser als erstes Mal. Die Visionen nehmen wir heute mal wieder. Das zweite Mal. Da ist er. Schicke Vision. Ach liebe Leute, ich hoffe immer, dass morgen der Fortmuster kommt. Hoffe ich mal. Nee, kommt was anderes. Heike da, oder? Heike, Markus. Muss dich ja bitte pushen, ne? Schön, wie die alle brennen sind. Wie ist mein Steam jetzt? Heike jetzt, oder? Ich weiß nicht. Äh, im Moment klappt alles flüssig. Sehr gut. Ich guck gleich mal. Sobald ich hier... Weißt du, anders hin swimst, sondern das Bild ist ein kleines. Es ist doch... Oh. Oh. Komm gewohnt, ne? Ja. Und der Markus ist hier das erste. Ja, normal. Wenn die alle hier bremsen, kann ich da auch nicht für. Ich bin dritter hinter dir. Das Ding ist toll. Oh Gott. Der wollte mich wegraben. Aber ich hab auch gemerkt. Aber selber raufgekickt. Ja, Windshacken und so. Flugzeug. Ich bin bei euch. Hallo. Also... Wenn die jetzt nicht krass wollen, dann... Gibt's Ärger hier. Entweder man überholt 4 oder man überholt gar nicht. Genauso. Okay, Annika. Annika schreibt... Das Titel hört sich gar nicht ververs an. Oder so irgendwie. Ja. Hat es bei dir auch vorbeigeschaut, ja? Ja, wegen dem Titel. Ist doch lustig. Bisschen Spaß haben. Soll sie gleich... Soll sie denn mal... Ähm... Ja, alles klar. Okay, hört sich gar nicht zockertig an. Wir haben noch jeden Tag Spaß. Hm... 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 Ja, Remy, was machst du da? Was macht die hier? Ich schreibe dir komische Zeichen rein. Hm... 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 Wenn Tony von hinten kommt, dann... Und mich da drehen will... Ja, dann... Äh... Ja... Wenn er nicht jetzt... Da könnte ich mich noch reinholen, theoretisch. Wenn ich jetzt überdrehe, dann... Ich hab ihn vergessen. Ja, dann... Das hält schon von weit da hinten zu mir. Ja... Er könnte mich noch reinholen, theoretisch. Du möchtest. Danke. Und ja, Annika... Räumt gegangen. Eindeutig. Und das mit meinem Schnucki-Stefan. Geht gar nicht. Nein! Oh, das war knapp. Fast hat mich Tony noch gekriegt hier. Unmöglich. Jetzt guck ich mal deinen Screen hier. Okay. Okay. Ja, bestand's da richtig gut. Muss ich ja mal zugeben. Ach... Das ist eigentlich das Wort mit dem Screening. Tja... Also es läuft alles flüssig gerade. Soweit ich sehen kann. Ziel. Yo! Sechster, da ist ein Sechster. Ja. Oh. Okay. Das Team. Wie hast du's doch doch gedacht? Hast du's doch doch gedacht? Hast du... Hast du gestern gesagt? Hm... Hier sieht's schon das Team. Ja. Keine Ahnung was die gemacht hat. Bei mir ebenfalls. War sie auch zu sehen. Aber läuft. Wir haben 2002 und 82 verdient. Also Jeremy, wenn du das wärst, dann das wüsste ich aber. Du müsstest du dich ja selber entscheiden. Scheiße. Ich guck mal selber mal. Gefällt mir. Wenn du dich da selber findest. Oh... Kriegs ist letzter geworden. Äh... Was? Hast du dich gefunden, ja? Wen? Nein. Du, dich selber. Ja, sofort. Ich... Mach ich du drauf. Ich sehe sofort drei Stück live, Leute. Jenny, du und ich. Ne, vier noch einer. Ich kenne ihn ja nicht. Naja. Also Annika, das geht ja auch gar nicht. Das geht ja auch nicht. Scheiß bist du. Geht ja nicht. Jetzt wird's lustig. Jetzt wird's schön zu... 15? Ne, 14. 14. 15. Jetzt 15. Ich denk an das GTA-Radio, Stefan. Bei mir hört man das gar nicht. Also ich hab andere Mal, man hört das nicht, hier nicht. Bei mir nicht. 16. Hey, hey Markus, jawoll! Okay, wir sind vollzählig. Ja, okay. Oh, letzter Platz eliminiert. Alle 50 Sekunden. Ich hab eine Runde. Guck. Ja, guck doch mal, warum. Letzter Platz hat eliminiert. Ja, ähm. Da sag ich schon mal tschüss Markus. Nein, du bleibst schön drin. Du bleibst schön drin. Fand schön gerne heute Nacht. Nein, nein, du. Ich hab sie gesagt, tschüss, so fliegt raus. Nein, du fliegt nicht raus, wie soll ich rausfliegen. Die sterben die Luftung. Niemals. Ne, ich nicht, sondern drehst mich. Oder mit die anderen mich drehen. Okay, dann geh ich in die Luft, aber... Ich lass mich aber nicht drehen. Vergiss es. Ich dachte, wenn du in die Luft gehst. Äh, nein. Äh, ja. Und das Helm wird nicht vorbei sein, ey. Weil 50 Sekunden ist ein bisschen cool. Das geht schnell um. Mit Peitsche Annika? Okay. Jeremy, einmal hallo reicht. Hm? Hallo, 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 hallo. Jeremy, bitte. Ja, genau. Tag. Mit Herzchen und Smiley. So, ich darf jetzt mal sehen, ob der explodiert. Du oder ich. Du. Ähm. Wo startest du? Jetzt sag mal. Mitte. Hinten fast. Ich glaub 8. Ne, Leute. Ja, alle Rambo. Ja, okay, ja. Ja, ist klar, Alter. Genau. Ich hoffe, tschüss. Oh, ich bin 9. Ich bin 4. Ich bin 4. Ich bin 9. Ich bin 2. Weiter. Okay. Und ich explodier. Ich bin rausgeschmissen. Wo war das? Guck mal. Ey, ruf nach Olo. Ey, ruf nach Olo. Ja, genau. Geh schlafen. Nass weiß, was du verdient hast. Ruf nach Olo. Mann, Leute. Was soll denn der Scheiß hier? Wieso? Na, wer war schuld? Ey, hört doch mal auf zu drehen, Alter. Alle, die drehen, die können nix, ey. User. Ich bin 2. Wurfing. So, dreht ihr euch da hinten mal. Ich verpiss mich. Ich bin jetzt 11. Tschüss, Leute. Ah, jetzt hat sie bestimmt raus. Dachtest du erst. Nein. Nein. Nicht mehr. Ich bin, glaube ich konnte noch entkommen. Nee, schätzelein. Ich komme. Ich bin 9. Einer, Stefan. Zweiter. Wir haben jetzt vorne den, äh, der, äh, für die Toren. Komisch. Wir wechseln unsere Plätze, ne? Rapp nicht nicht. Ich rame nicht. So ist richtig. Genauso fährt man auch rennen. Eigentlich nicht so. Ich habe ein 50er. Lässt ihr von zweit platt machen, Stefan? Eigentlich. Ist dir egal jetzt, ey. Jetzt geh ich in die Luft. Okay. Okay. Schau mit. Ich fahre. Das ist der erste. Meinst du? Boom. Ist das nicht ausgemacht oder was? Hier aufhören. Aber ich war schneller. Keine Ahnung. Musst du ihn fragen. Sowas ist kacke. Einfach hier eliminieren ihn. Boah. Ich glaube, das ist der nächste, der gleich in die Luft geht. Ich bin Erster. Oh. Hinter uns ein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Ja, okay. Ich bin 2. Aber 3. Jetzt rammt er mich. Aber das ist ein dickes. Na ja. 3. Aber nichts ist modiert. So flüssig mein Swim. Voll cool. Ja, ja. Ich sag ja. Es läuft alles. Gerade. Find ich gut. Oh, ich dachte er kann noch ins Ziel. Wow. Titter. Ich bin leider als 8er gestorben. Aber immerhin. Jetzt haben wir 5.000 verdient. 5.1. Fett alone würde ich sagen. Ja. Bombe würde ich sagen. Ein CEO. Loy. Ich hab nicht gewonnen, aber wir drei haben gezahlt. Als Sieger. Verliere aber nicht mein Auto. Fuck. Nein, das war's auch nicht. Meiner ist blau gewesen, blau rot und nicht weiß. Ich hab keine Vision gehabt. Noch zwei Leute. Mit mir zwei. Cool. Eine Vision. Clare mich noch da? Junge Autor. Ey, das ist Rell. Das ist Motorotor. Verstehen. Nein, oben. Oben in der Mitte ist Auto. Das ist Rell. Das ist Rell. Nein, das ist... Ach so, doch Auto. Oben ist Auto, ja. Blind oder was? Ja, ich hab gerade Auto geguckt, äh, mitgekriegt. Ja. Ich glaub, man ist schon blind. Mein Dank und Herr, wir wissen Bescheid. Ach, Leana, hau auf damit. Jetzt kommt das wieder auf die Idee. Ja, genau. Nein, Papa, trau ich nicht. Wie sucht ich? Oh mein Gott, ey. Das wollte ich für mich am Stream machen, jetzt hast du es doch trotzdem gemacht. Hehehe. Hehehe. Der ZW3 Schuhschauer. Der ZW3 Schuhschauer. Du hast zwei, ich hab drei. Also ich guck zu und nur an einen anderen, weiß ich nicht, ich weiß nicht wer. Ja, du guckst dir selber zu und ich guck dir auch zu, teilweise. Wenn ich grad nicht fahren muss. Ja. Bei mir ist Annika und Jeremy und noch jemand. Toni wahrscheinlich. Sind die überhaupt noch drinnen hier? Wer? Vielleicht nicht so. Doch, Toni ist noch da. Was ist mit Justin und so? Ja auch. Einen drüber. Ja. Ich. Achso. Ja, okay. Level 98. Ich hab das nur Tonio, ich hab das nur Tonio und dich gesehen. Deswegen war ich grad so verwundert. Jetzt könnte ich wahrscheinlich rausgeschmissen werden. Weil der ist jetzt hoß. Sieht so aus, ja. Wir fing raus. Wegen Level. Und so. Oha. Hehehe. Sofort. Warte. Wie aussieht dann. Weil der, der jetzt hoch ist Stefan, der ist der Kollege von Toni und der kann mich überhaupt nicht leiden. Ach, das ist der Kirill, du, ja. Ich wollte vorhin in einer Party beitreten mit Justin, weil es voll gewesen. Das haben wir nur so eingestellt, dass es voll ist. Ja. Ja. Die wollen auch nicht hier in die Party kommen. Keine Ahnung warum, aber naja. War jetzt aber gut. Ja. Ja. Also, wir sind nicht mit der. Ich hab's nicht gehofft, ob sie in die Party kommen wär, aber sie wär lieber bei dem komischen Fasskader bleiben. ja. Neuer der neue Vision ist besserer als der X A21, was jener-lin-lin. bei der Traktion zu besser und bei der Beschuldigung ein bisschen besser. Und der X A21 ist teurer. ja stefan auch noch zwei zuschauer läuft bei mir also auf youtube ebenfalls bei mir auch nur zwei ja du und ich bei dir keine ahnung bei dir jettimir und annika ist nämlich letzter oder was ja läuft bei dir ja das ist der freund von tony sagt das den bieb dankeschön ich bin vierter und du ich bin vier da und du alter ich weiß schau stefan ich hab den links nicht geschafft ach ich hab diese runde 15 weiter zweiter alter dein herrn sammeln was ja mcdonalds war ich schon wieder Ich bin vierzehnter, aufzuleinung. Zehnter? Von zwei? Ja. Geil, vielleicht komm ich zu, ich bin dreizehnter jetzt, vielleicht bin ich zwölfter, vielleicht bin ich zwölfter. Stefan, vierter. Jetzt schon? Ja, das glaub ich. Gehst du vor ne Kolonne oder was bei dir? Ja, Konvoi und so. Ach du Scheiße, die sind alle vorne, alle verkackt. Aua! Alter, bin ich berührt hier, ey. Jetzt bin ich 13. Lappen, ey. Alter, bin ich berührt hier, Mensch, wir sind zwölfter. Okay, siebter. Neu. Neu, wie lange, das ist mit euch los, alle hier. Nitro bitte, dankeschön. Ja, die können alle nicht fahren. Die können alle nix. Das wäre ja auch nur eine Runde und zwei. Ey, ich schaff das nicht, ey. Tschüss, Stefan. Ich geh wieder als Achter durchs Ziel, von mir aus. Nein. Ich bleib stehen, Polizei. Oh, nein, ich bleib stehen. Woher gehst du? Ich bleib stehen bleiben. Na, wie? Polizei, bitte, die ist, äh, zu stehen. Ne, ich bleib nicht stehen. Ich hab auch geschafft, aber ich bin vierzehnter, das ist mit mir jetzt nix mehr. Siebter. Ich hab mich auch. Vierzehnter, das ist doch nicht nix mehr. Ich bleib nicht nix mehr. Ich bleib nicht nix mehr. Ne. Sechsler, Stefan. Oh, unser. Vierzehnter, vierzehnter, das ist nicht nix mehr. Ey, war ich falsch, oder? Ne, das ist ja okay. Oh, Mann, ey. Alter. Verdammt, dein Grüner zu turnen, du kleiner, mieser Wichser, Alter. Ey, was soll ich hier? Was denkst du, du bist? Ey, ist so, wenn er rammt, er aber nicht verlieren kann, das sind die Richtigen, ey. Richtige Opfer. Nur, wenn man nicht verlieren kann, dass man rammt, ey. Daran sieht man, dass die kein Skill haben. So einfach es läuft. Die Einzige, die Skill haben, sind Stefan und ich. Ja, lieber und fair. Der Lambo hier auch jetzt, der ist nett. Der Lambo, die Skill, die gehört hat zum Glück. Dann ist der 100, 200, 300. Ist das ein Rockstar-Rennen oder so? Das kenne ich schon. Ja. Das ist ein Rockstar-Rennen, ja. Okay. 13. 13. 13. 13. 11. Wow. Sofort add. 3-Pilze. Ne, 4-Pilze. Das verstehe ich auch nicht, aber das ist aber so. Steffen, was geht ab? Ist es bei dir oder was? Ja, ist gerade bei mir rein. Ja, nice, Alter. Richtig nice, ja. Ja, Mäusenschöpfen, ey Schöpter hier. Hat aber auch geschrieben. Wieso schreibst du mir Fahr-Stefan? Wieso? Darf ich das nennen? Also ich vermute, es geht immer noch Rennfahren. Immer noch Rennen. Wenn das hier schon läuft, Stefan. Ich habe hier zu Hause euch allen einen Schontag. Heißt das? Schontag? Was? Facebook. Da steht Schontag. Ach, dann machst du es bei mir jetzt. Ja, nee. Schontag. Schontag schreiben. Autocode. Kann ich auch nichts ändern. Egal. Einer vielleicht schon. Wie ist das denn? Meine Mutter. Ja, deine Mutter. Meine Mama. Ja. Kannst du auch gefällt mir drücken. Kann ich oder muss ich? Du musst. Also wieder Lobby voll. Alter Schwede. Ja, der Stefan ist ja auch dabei. Kannst du auch dazu stoßen, wenn du möchtest. Steffen. Dann lade ich dich auch zur Party ein. Akku leer. Jawoll, Stefan. Auf geht's hier. Und ab an hier. Da können wir zu dritt in der Party labern. Oh Gott, auch Swim. Ich habe das nur das Internet und so. Dann ist er bei den Screams da drin. Läuft. Was? Dann ist er ja bei den Screams drin. Wenn er mitmacht. Ja. Steffen. Der Stefan ist ja auch da mit bei. Hahaha. Ich weiß nicht nur diesen Visionen jetzt hier. Nur. Von Dauer. Okay, Steffen. Mach ja nix. Beim nächsten Mal dann. Wieder nix. Das Rad raus. Okay. Mach ja nix. Aber erst einen Stream also. So oder so ist er drin. Hahaha. Wir haben ihn trotzdem eingefangen. Ja, wir haben schon fast 400 Kommentare wieder geknackt hier. Ja. Bei dir, ja. Ja. Ich hab nur 4. Hahaha. Soll ich zuspammen, Stefan? Soll ich auch spam? Ich hab mehr, mehr Abonnenten als du, aber es sind alle glaube ich fickt bei mir. Was kann man? Alter. Hör der Scherzen kündelt. Alle rammeln. Hey. Seid ihr verhindert oder was? Ey. Richtige Opfer hier ey. Hey. Pass auf, weil ich bin zwitzig. Ich bin hinter dir. Stefan, ich bin hinter dir. Wer ist das? Alter, jemand backt hier rum im Verrückten. Wer ist das da vorne? Wer ist der siebte? Der Weiße. Ja, der backt da rum. Leckt da rum. Der Verrückte. Alter, wieder Leck mal da vorne. Ja. Überholt. Nach wen? Stefan, ich schwör. Lass das. Ich hab doch gar nicht. Oh, hinter mir. Entschuldigung, was war jetzt? Alter. Weil du fahrt gar nicht noch alleine. Er schiebt mich erstmal hier an. Weil den Stream oder so gleichmäßig. Wir können's halt, ne? Würde ich sagen. X21 macht nicht alles ehrlich so. Alter. Macht mir ja alles nicht. Wer da unten jetzt ist. 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 Ups. Sorry Kollege. Ich wollte dich nicht ran. Wird dich gerne. Ich darf anerliesslich mal auch mal gucken. Nein, ey. Stefan, Mann. Alter, wir holen hier so ein Eifer. Einmal Ess. Wuhuuu. Alles klar Stefan. Das ist zu viel Fantasie bei dir im Kopf, wa? Fantasie. Ich will fast essen. Ich muss da lauze ausfrauen, damit ich essen. Oh ja, easy. Moin Moin. Moin Moin Steffen. Schön, dass du zum Beispiel warst. Nochmal platz mich da an. Oh, was ist denn? Oh, was ist denn? Ich bin der erste. Ich bin der erste Glück hier heute. Ja, das nie. Was will ich denn? Das ist nicht normal. Hinter dir. Wie gibt's da ein 20? Ja, überholt. 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 Oh, was machst du? Oh nein. Keine Ahnung. Sorry. Ey, ich mach sehr ernst. Pass auf. Wie wieder unten haben wir? Drei hast du gesagt, ne? Ja, noch zwei. Aufladen, Annika. Aufladen. Das drinnen bleibt. Oh nein. Überholt. Überholt. Oh, da kannst du nicht aufladen. Ich bin Ritzer. Alle sheaten die hier. Alle fahren den Looping gar nicht. Ja, ja, das mache ich auch manchmal. Ey, nicht sheaten, Stefan. Regulär fahren hier. Ja, nicht im Stream. Geht gar nicht. Wer sheatet denn, der hat kein Skill hier. Genau. Ach nee. Ja, ihr sheatet ja nicht. Ich fahre hier nicht so leer. Ich bin der erste, so was. Wir können uns weiter nehmen. Der X eigentlich auch nicht mehr. Ich bin nicht hier. Vor mir fährt der Erda. In der mir fährt der Erda. Ich wieder mit Erda gefahren. Ich weine nicht mehr, ich will ja nicht mehr chillen. Irgendwann, ich will ja nicht mehr. So, da vorne fährt E3. Ja, ich will ja nicht mehr chillen. 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 Ich bin nicht mehr, ich will ja nicht mehr chillen. Geht nicht. Ist gesperrt. Ach, trust du gerade. Ist gesperrt. Ich gönn mir. Alter, war von mir. Geht mit einem. Zickarli. Nein, war hoch über euch. Nein, aber hinter uns kommt der T-30. Einfach nur, nicht Corona. Komm mal, Gast. Gib mal Gast. Hallo, dir, dir. Hinter uns. Wir haben ja vielleicht ohne Angst. Aber das nicht. Da hab ich nicht getan. Aber dir, ne? Der T-30. Wie der LDX-21. Der nächste kommt da hinten. Oh nein. Ramp der? Schwarz. Oh, der Ramp. Weil er nicht geholfen kann. Hinter dir der Ramp. Der Schwarz war mir draufgefallen, vorne auch von der Stauze ist runtergefahren. Von der Steige. Ist klar. Kannst du bei mir einen Stream gucken? Ja, das war so cool. Ich oute daran, Steffen, dass ich Erster werde. Ich bin schon Vierter, Steffen. Danke Steffen, dass du ein Abo da gelassen hast, das freut mich. Was bin ich Vierter? Ja. Weder noch, ja. Ja, ja. Oh Gott. Ich bin schon hinter euch. Oh Gott. Die 20 hat die 20. Oh mein Gott. Der 21. Da verpisst euch. Oh. 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 Alter. Sack. Alter. Das war der Kack. Jetzt bin ich Vierter wegen dem Lappen. Ich hätte nicht gefallen. Da hast du gekrampt. Du bist doch grün. Alter. Toni war... Was Toni war. Ja, Toni. Ja. Toni, was soll der Kack? Hat mich grad abgedrängt. Ey. Wenn die keine Freundschaft mehr haben wollen, dann müssen die es nur sagen. Dann ist gut. Das sieht auch nicht mehr. Ja, das Team tut mir ja grad nix. Die fett ganz normales Rennen. Wenn die überhaupt noch mal mit drin mit mir. Ach, ich weiß, die waren auch mit drin. Toni ist der Einzige, der mich grad hier triggert. Und ich grad eben. Ja, und du. Genau. Du guckst doch gerne von hinten. Da oben ja. Und da ist das ja auch. Oh, da ist knapp. Er wurde... Alter. Ich bin Erster, Leute, liebe Leute. Ich hab's geschafft. Hab's warten, Stefan. Wenn es vorbei. Verpasst du. Drei Koffer. Okay, da hast Glück gehabt. Drei Koffer. Wenn die jetzt nicht mit uns ankommen. Oh, oh, oh. Gas, 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 Visione. Huh. Okay, geschafft. Erster Kill. Hat's mir dann sehen, Leute. Vierter. Ja, ich darf nur von hinten. Ich darf auch gerne von hinten. Da stimmt man ja. Da stimmt man ja. Hat mich gewusst? Das stimmt. Ah, hier ist auch die Sebastian von... von gestern. Dass sie mit, äh... Jessi nicht verfolgt. Sebastian. Auch oder? Ja. Im Regen, meinst du? Ja. Super. Ein richtiger, ne? Oh, ich hab drei Zuschauer. Hab ich. Drei Zuschauer, hab ich. Drei Zuschauer hast du? Ich hab auch drei. Hast du bestimmt in der Steffen drin? Mhm. Ich hab noch einen K und... Wie, du guckst bei mir jetzt zu? Nein! Nein! Ich guck mal mir zu selber. Ja. Ich guck mal dir auch noch zu. Also... Oh, ich hab 30.000 verdient. Oh, mach. Das ist so gut. Oh, die Person, die Schätze runter hat es rausgegangen. Oh. Ja, oh. So sieht mich aus. Der Krii ist auch draus. Das sind wir schon auch jetzt. Okay, Annika. Schön, dass du da warst. Der Krii ist draußen jetzt hier. Maka und Dings raus. Gott sei Dank. Das sind raus. Nee, die sind drin. Hat angewählt. Dann ist jetzt zu Glück aber weg. Boah, wir sind schon eine halbe Stunde live. Schon. Du kannst es dann nebenbei laden lassen, Annika. Du kannst dann ein Ladekabel hier ran machen und dann kannst du nebenbei noch gucken. Wie jetzt? Stefan, was meinst du mir jetzt? Du vergesst die 70 Dollar nicht. WTF? Okay. Was meint der jetzt damit? Keine Ahnung. Du musst mich fragen. So ein Smiley. Vergesst die 70 Dollar nicht. Ja, der meinte das nicht ernst. Wie Stefan hier hinter, äh, zwischen die beiden Streams hier hin und her joinen, ne? Total lustig. Oh, wieder 16 Spieler, Leute. Okay. Diesmal machen wir Stefan fertig. Jetzt schreibt er 30.070. Achso, vergesst sie. Achso. Bestimmt mal eins zu zeigen. Ey, jetzt nehme ich mal den Wagner. Ne Wagner ist nicht gut, ne? Oder doch? Doch. Okay, nämlich den. Passt. Okay, Annika. Trotzdem schön, dass du da gewesen warst. Wenn das Henning nachher geladen ist, kannst du ja schreiben über WhatsApp. Ich kann mal noch ein bisschen reden. Jetzt nehmen wir den Wagner zur Probe. Wir sehen nur Wagner. R7B. Dann sehen wir X21. Tony steht neben mir. D20. Und... Nehontairus sehe ich gerade. Nero. Ja, Tony, Mann, was soll der Kack, Mann. Ja, Tony, ey. Achso. Oh, 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 oh. Was ist jetzt, Alter? Das ist böse, Alter. Schwör. Ich schwör alles, Alter. Ich bin neunter. Ich schwör alles. Ah, ich bin zehntag. Alter, wie es aussieht. Das ist wie immer. Mein Mann. Wir sind in der Sponsor, weißt du was? Keine Ahnung. Ich bin direkt sechster geworden. Direkt. Weißt du? Direkt. Neunter. Direkt. Alle so. Alle so. Das ist so schnell, ne? Was ist so schnell ne? Mit schaffen. Boah, wie ich fliege. Liegst du gleich? Ich fliebe. Mach ihn, okay. Ich hab was so Pupa erfahren. Ich kann ja immer... Ich wollte ja gradleiber fahren, Stefan. Ich kann ja grad facken. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh. Ich weiß nicht, dass ich bei dir bin. Ne, musste ich auch nicht. Einer ist verlassen. Ne, Tony ist weg. Ihr wollt? Ja, Mann. Justin ist noch drin, ne? Ja. Gut. Ich hoffe, Justin ist auch noch drin, das hoffe ich auch. Ne, die ist raus. Wie, die ist auch raus? Was ist das? Nein, dachte ich. Ne, ne, ne. Alter. Ah, Mann, dummes Wasser, ey. Wir vierter. Wasser müssen weg. Oh, einer ist runtergefallen ins Wasser, tschüss. Sechster. Treffer. Vierter. Dritter, hä? Dritter? Okay. Fünfter. Der nächste ist raus. Deswegen. Da vorne für Stefan. Ne, wollte ich nicht. Doch. Du bist dritter, hast du gesagt. Nicht mehr vierter. Ach, nö. Schon wieder. Ach, ja. Wir wollen die Skeeps ja aufrechterhalten und entspannt erhalten. Sonst ist es ja langweilig hier. Ja, ja. Immer doch. Nämlich immer für Rennen. Eigentlich. Nein. 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 Scheiße. Wünsch hat in der Kurbel verteilt. Ich hätte mal Abbremsen sein sollen. Ja, Steffen, aber ich kann ja, ich kann ihn ja nicht kicken. Ich bin ja nicht der Horst. Wenn ich jetzt der Horst wäre, würde ich ihn raus schmeißen. Ist Jeremy auch leck oder was? Der auch. Aus dem Scream raus. Dann bin ich noch zweitzusch. Ui. Stefan? Platz? Nein. Immer noch. Okay. Oh, ich meine. Zwei. Vielleicht zwei zu S. Schaffe ich nicht. Ich müsste runter sein. Ich gehe jetzt Fünfter durch Ziel. Okay. So, klar. Ja. Wie gesagt, Fünfter. Fick dich, Siebter, halt. Ich gehe jetzt Fünfter durch Ziel. Fünfter, die ist so eine große Wand. Das ist jetzt so. Das ist was hinten. Siebter vielleicht. Ja. Du wirst gedreht und dann bist du... Ich. Ich bin fast da. Ja. Vielleicht schaffe ich den zweiten noch. Da ist jetzt weiter Platz. Äh. Nein, nein. Da schaue ich nicht mal hier. Äh. Sechster Punkt. Schaue ich nicht mal. Schaue ich nicht mal. Zweiter Platz. Ich glaube nicht. Doch. Zwei Sekunden noch. Da ist es schon mal. Ich komme eine Rampe hier. Ich gebe nicht mehr was hier. Ich lege so ein Licht, wie ich ganz schnell wegfahren. Scheiße, Bälle. Nein, Mann. Ich hätte wieder werden können. Fuck ey. Ich werde aber nicht siebter, Alter. Vergehen wir. Ich bleib fünfter. Du bist ja zu 40. Vierter. Nein, ne? Ja. So, Bro. Jetzt hole ich mit dich noch und dann... Ne, ich will schon ein Tier. Scheiße. Guck mal vier und guck mal, ob Justine noch drin ist. Nein, ist hier nicht. Laut Liste. Laut Liste. Ja. Da sind die alle rausgegangen. Was für... Schlimmfälle. Okay, vierter. Voll dein Keks, Alter. Ehrlich. Das ist super, Steffen. Das ist super, Steffen. Dass das kommt morgen. Oder erscheint, sag mal so. Er hat grad geschrieben, sein Headset. Sein neues Headset kommt morgen. Er freut sich schon. Stefan, wie sieht's bei dir mit Facecam aus? Soll dir eine, mach auch. Ne. Ja. Kommt persönlicher rüber. Der Name wird wahrscheinlich Blackfire Studios auch bei dir im Stream. So ganz zufällig wie bei mir. Ne, ich hab schon ein Like bekommen. Ich kann mir denken, wer das weggegeben hat. Toni. Mhm. Mhm. Du bist bei dir. Du bist bei dir? Du bist bei dir. Dum 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 ta dum. was so kurz nach dem rennen oder links gehen warum warum ja warum du aber ich nicht ja weil du da freimodurch gehen muss heißt nicht dass ich das gehen muss du kannst ja geht dann kannst du nach dem telefonen wieder rein stefan schreibt jetzt hier ich nix ich nix toni ich soll dir von justin sagen stefan das ein dankeschön dass die geholfen hast gestern beim gta ja bitteschön das war nur eine mission mit der rocket rocket mit dem behalten telefonat wichtig stefan ja telefonat wichtig und da das gestoppt ich fühle mich so alleine egal das wäre natürlich auch der v12 ach wegen like dankeschön ja ja gleichgegeben der steffen ja jetzt wissen wir wer dich geliked hat ja ja ich glaube du bist so doof ja ich habe mich überlegt ja ja alles klar der gestern überholt mit dem fein kalt leut leute leute yo 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 see you later ja vater fliege ich weit shit na egal wo bremst du bremsen bremsen hey den da vorne hole ich wieder ein hohe probleme probleme ja ich finde die kurve so eng ist so ist die kurve schön speed aufbauen hinterher fahren ich bin neunter aktuell zweiter aktuell ja v12 ja normal bro vor allem jetzt aber ungetüte energie wie es aussieht ja ich habe jetzt zwei zuschauer ich schaue aber gar nichts ich habe nur einen zuschauer und du selbst wahrscheinlich oder Annika nein ich habe gerade keine ahnung wer gerade noch zuschaut ich habe da jetzt schon mal noch auf ok steffe guckt zu alles klar ok der hat aber bei mir schaue zu jetzt ich habe das weiß schon schon mal ne ich habe das weiß schon schon mal wahrscheinlich hat er über beide bildschirme irgendwie irgendwas laufen keine ahnung wie er das macht aber auch ok er ist bei mir und bei dir bei mir und bei dir ja würde ich aber auch sagen ich fühle mich gerade voll irgendwie voll geehrt hier das schmachnah ist diesen einen bei dir auch ja der hat zwei bildschirme mit dem an beiden hat er geschehen voll fresh ja ja mann eindeutig ich bin dabei aber bei mir noch zu ich ich stefan ich habe den stream noch auf bei mir guckt gerade nur stefan zu ok also bei mir läuft alles flüssig ne diesmal ja ich habe nur eine stunde schon eine stunde zehn war der äh mein fort in der letzten Verbindung damit mal kommen wir nächste eine stunde 100 8000 PS4 sagt 30.000 irgendwie ich sage mal auch nur 8000 hast du auf hoch eingestellt bei den einstellungen wurde eingestellt und 10.000 oder auf niedrig ich habe auf niedrig ich habe auf niedrig intensiver ja genau alter eigentlich habe ich gehabt da oben ich muss kotzen ich soll ich uns liegen wie flügt das denn nein ich bin zu weit geflogen ich bin wieder übers ziel hinaus ich bin äh zu wenig geflogen jetzt gehe ich als 10. ins ziel ich war schon dritt und war zu wenig dings also warst du zu kurz ich war zu weit ja ich war zu weit und äh oh gott du warst zu kurz er ist 11 ich war dritter ich war dritter ich bin 11 da oh lol wieder zu weit ich war dritter ey ich bin schon wieder zu weit verdammt ich bin 10. ja ja ich bin 11. ich bin hinter dir gewesen nein ich bin hinter dir ich bin 11 da ich war schon dritt ja da bin ich zu viel gas gegeben hier ich habe vor 12 oh ich konnte nicht mehr ins ziel läuft ich glaube die sind immer noch anderen glaube ich ne wer die lisa ich glaube schon immer noch sims also wie ich vorhin geguckt habe war sie noch live ja irgendwie macht sie jetzt mehr sims stream wieder als ähm was anderes ja keine ahnung warum ich kriege auch keine offizie mehr über ne vor 3 minuten hat sie aufgehört ok vor 3 minuten ich bin hinter stefan wie peinlich wie peinlich wie peinlich sagt er da weiter sowieso freien modus gehen ich mach weiter ne ne ich geh dann nicht mehr nein also machst du auch weiter unten links stefan unten links stefan da war und längst was wir nicht ich hab auch auf motorrad ich auch nicht ich kann nicht mehr anwenden stefan mann du bist hey du bist ein nigger ich weiß guckst du es auch bei mir zu stefan oder wie sieht es aus ne ich hab zwar zu schauen ich bin mal bei insta kurz was vielleicht was neues als ob da irgendwas abgeht fotos und so da ist tote hose da ist tote hose in insta genau da gibt es nichts zu gucken außer höchstens jenny aber immer noch live aber naja die macht dass er abfällt gib ihm die sucht jeden tag los acht stund ja die macht jeden tag aber immer gegen abend das schmuggler der rand dc was noch kommt was es kosten jetzt von löch das ist einfach was noch kommt was ich mir holen werde ist das batmobile das hole ich mir da eine runde kein kontakt feige muschi die klassiker ah ok kontakt juhu dieser klassiker ach guck mal an guck mal an ey da hab ich nichts gesagt guck mal wer horst ist stefan guck mal wer horst ist x skyline ja aber trotzdem eine der die wahrscheinlich war zu ok bis zum nächsten mal steffen ciao heute nacht nein schlaf gut steffen wow was hast du ein auto ja es kommt noch ein paar autos wie gesagt das batman auto kommt noch und der zoll ist es nicht lotus doch das ist ein elektroauto geil 1,9 millen boah aber das würde ich dir für rennen aber nicht empfehlen das ist so langsam im rennen ja aber sieht auf hinten aus wie ein ähm kölneseck ja das stimmt 1,9 millen ist ein bisschen viel für elektroauto ja es kommt das batman auto das beste auto vom ganzen dlc stefan achtung nicht verschlafen hier oder rad auswählen ja ich war mir nett ist noch immer ja bei mir steht auch so zu mit gestartet trotzdem wollte ich noch auf hinweisen der zeit 0 zu schau ich hab noch einen weil alle sind alle pen ja immer noch gerade alle gehen sie schlafen ja k um warte hinein wäre das fahrgenehmig wird nachdem ich habe auch kraschen hallo erneut markus sich 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 um man sehen es noch kommt 16 laut das video was ist die flugze so groß ja ne ich guck mal nicht später vielleicht verdammt das rein wie die stecke wieder auf auf gestern flugte ich gestern war ok nur zuschauer ok bei mir eine also du ja ich das lustige ist das lustige ist ja toni und das team wollten dass sie scream und jetzt kommen hier nicht mal zu oder sind nicht mal mit drin ja ja alle ziehen sie mich nicht wieder 5er 4er 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 5er 4er 5er 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 6er 6er 5er 6er 7er 7ern 11 11 10 11 10 11 1 1 Neuter, Zehn, sonst geht's dir ab, Leute, oder? Versteht alle hier. Genau, bleiben alle stehen davor. Markus, du bist vierzehn. Ja, ich bin vierzehn. In die Liste hast du geguckt, damit du weißt, wo ich bin. Du hättest auch fragen können. Hättest du auch gesagt. Neuter. Du hast dich schnell Schotaro. Oh nein, Schotaro. Das ist ja auch Schotaro. 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 Naruto. Ich hab keinen. Ich hab keinen. Nein. Zehnter, Stefan. Da vorne fährst du. Nein. Doch. Nein. Dann steckt die Motor davon. Aber der Stato ist einfach davon. Ja, ne. Das sehe ich aber auch. Hau ab jetzt. Alter, wennst du mir. Tschüss, Stefan. Zehnter. Siebter. Hast dich verdient. So war ich verdient. Klar hab ich verdient. Ich war ganz hinten, Alter. Ich war letzter. Ja, ich bin Zehnter. Affen. Adrian. Hallo. Weiter. Ist okay. Kann man den Blame, oder? Sechster. Sechster. Ich hab die Zinreitero macht uns wegen. Reingeglitten. Abgefallen. Siebter. Yay. Ich bin ich vor Stefan. Dem 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 dem. Immer. Oh mein, ne. Würde ich sagen. Nein. Nein. Der ist so. Nein. Wer will ich denn jetzt sagen. Alles. Jetzt hab ich dein Stream auch zugemacht. Ich hab auch gar kein wer. Ich hab noch. Ich hab noch. Ja. Aber ich hab noch nicht. Wer das ist. Lieber Zuschauer. Stefan, Stefan, schreib, wer du bist, falls du einen Kanal hast, wo du schreiben kannst. Er muss einen Kanal haben. Nee, ich sag ja, wenn er aber einen hat, kann er ja schreiben. Und der ist weg. Ich hab wieder einen, Zuschauer. Schon wieder. Alle gehen freien Modus, oder was? Ja. Die gehen freien Modus, ja. Aber wir nicht. Nee, ich wohne links. Ja, braver Stefan. I love it. Schnappi, 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 schnapp. Ja, genau. Ja, ich musste einen auf Lisa machen, Lisa ist ja nicht da. Guck mal, was da ab noch passiert, wer noch ins Stream reinkommt. Vielleicht kommt Gossi hier auch wieder oder so. Mal gucken. Ich liebe diese Ladezeiten von Rockstar Games. Please. Cool. Reagiert ihr auf please? Geile Sache. Mach mal mehr Runden, du Fisch. Rausfliegen. 30 Sekunden Zeit abzuholen. Ich geh nicht raus, nein. Ne, Abzuhung. Er könnte dann ja. Achso. Ja, easy. Wird erster. Dann machst du immer. Ja, und dann werde ich immer letzter. Ja, dann hast du auch kein Problem. Ist doch grad der Witz dabei. Ich werde trotzdem jetzt versuchen, erster zu werden. Ich ne, Wagner, passt das. Ja, so hat Justine einen männlichen Charakter. Weil sie einen männlichen Charakter spielen wollte. Aha. Was komisch ist. Ich dachte, sie ist ein Mann gestern. Ich hab ja... Wir haben ja auch Frau Charaktere. Ja, und? Ja, klar. Für Glitschen. Ja, siehste. Ja, richtig. Für Glitschen. Aber trotzdem. Hat ja auch keinen Sinn dahinter. Wir sind männlich und haben weibliche Charaktere. Hm, komisch. Äh, meine Chefin kann keinen so zuzutzen mehr verkaufen, ne? Kann sie nicht. Und gestern hat einen verkauft, dann nicht mehr. Tja, Tageslimit und so. Hä? Rockstar passt auch, hab ich doch gesagt. Tageslimit. Wenn man... Wenn sie kein eigenes High-Food-Kennzeichen drauf hat, dann wird sie da... Rallye überall drauf. Ja, dann hat sie die Sperre drinnen von Rockstar reingekriegt. Weil die haben das gemerkt, dass sie gecidiert wird. Deswegen bitte ich auch nicht mehr. Hallo, hier ist... Radion. Radion. Äh, JT, mir... Mirko, ich hab dich abonniert. Kannst du mich auch... Äh, das ist der, der bei mir auch war. Danke für ein Abo auf jeden Fall. Ich verlieg's mir noch. Alter, wieder am Ramm hier. Dieser Odile ist da vorne. Wer ist da? Eiskalt. Was hast du? Welcher Platz bist du? Gibt da? Gibt da. Alter, wir schalten uns ab, geht's hier mal. Das ist doch. Oh, nochmal, ja. Ich hab da alle Banden vorne hier, alle die Banden hier, volle Kolonne. Zweier, weil ich schon frei rein bin. Aber jetzt sag ich gleich, ich bin ich erster. Über, 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 ich flieg über den, ich bin der erste und dann auch. Da ist Markus, ich guck mal wieder, ich war vordringlich. Alter, ich bin raus. Ich bin ins Wasser geflogen. Siebter. Tschüss, Stefan. Sonst ist der, der Letzter ist, der Letzter ist explodiert. Nein. Wacht er nicht hier, gell? Ja, ich bin der Erste. Ok, ich bespricht es weiter. 8 Sekunden. Ich bin Vierter. Alles. Dritter schon. Oh, ho, ho. Er geht ja schnell hier. Ich dachte, er kommt zum Morgasmus. Oh. Wir wissen nicht Bescheid. Warte, da seid ihr schon davor. Hallo, hab ich gesehen. Ja, der war bei mir auch im Stream drin, hat mich auch abonniert hat er gesagt, wenn man sich auch abonnieren sollte. Bei der Lehman hab ich gesagt, geh ich mal vorbei und guck mal nach. Ich war aber schlimm nach vorne. Ich hab das halt nur noch. Fahr da rein. Ich komme. Keine Angst. Ok, so auch nicht. Ah. Ach, das bist du hinter mir oder was? Äh, ne, du bist erst. Ich bin dritter. Aber nicht mehr weit von euch. Ich sehe schon. Ich komm noch. Daher. Das wirst du nicht mal schaffen. Doch. Die Sekunden sind gleich rum und dann explodierst du. Hä? Ne, ich hab nur einen Platz vor mir. Jetzt läuft die Zeit für mich. Oh ne, ich muss euch einen mal holen. Bleibt mal schön da vorne einer. Leute, please. Ah ja, dankeschön. Markus weg. Ja, ja, mach's schön. Was bist du? Alter, dein Ernst? Mann, Stefan. Ja, toll, danke. Ja, toll, ich hab verloren. Ne, das verloren. Ey, weil du mich weggedrängelt hast, ne? Ey, du bist so eine kleine... Ne, wollte ich nicht. Ey. Von über die Fliegen, ne? Über, ey. Du hättest auch bremsen können, ne? Nein. Warum auch? Ja, weißt du eh nicht, du explodierst jetzt auch. Scheiß. Du hast so einen Scheiß eingestellt, Alter. Richtig behindert, Alter. Fuckin, ey. Ich will ihn mal holen noch. Ja, Stefan. Ja, wir holen ihn doch. Ich hab aber nichts so. Wenn der Kurse wegdreht. Schlecht mich. Mann, ich hab mir nur gebriftet, ey. Mach mal knapp. Du hast verkackt. Tschüss. Mein Fliegen. Ja. Solche Missgeboten stellen nur sowas ein, weil die nicht anders gewinnen können, ey. Diese... Lappen. Homos. Ey, Homos. Was geht? Ich hab Gold. 751. Level. Ist so. Mein Hintergrund, wo der Level drinne steht, ist Gold. Mhm. Okay. Ja, ist so. Guck nach. ... 90 Kommentare. Schon fett noch geschwerte werden wir 100. Welches O-Mann-Mitte? Prawa, Stefan. Ich kann nicht an wen. Och, Mann. Schreiße. Winger. Stefan, du bist so ne... die suchte die suchte die suchte denn die macht das abfeld mit dem lieb zusammen das abfeld ist ihr schreibt bei jenny einigen hat eben kannst du mich grüßen mit krüssen also grüßen und nicht grüßen ich grüße ich grüße dich jetzt schiebt die jule kuhl kenn ich auch schon seit einem monat kam mir gar nicht so lange vor june mit dem lädt ihr gar nicht mal zu partieren mit mir ja mich auch nicht komisch wie sie immer schwester und so aber es ist 10 uhr immerhin die uhrzeit kannst du noch lesen ich gucke gerade hier das video von annika wie sie die knete macht sieht man das ja handy warte auto aussehen scheiße eigener fahrzeug aus was für ein ob fahr wollte ich gerade sagen ja ich musste so lange scrollen um das zu sehen ok ich habe auch egal ist auch gut hast du nicht die v12 nein was du mir geschenkt hast was du mir was du mir geschenkt hast durch den gift card zu french glitch yeah mann deine erinnerung wach ich glaube der hat keinen an den links lynx aber ich habe noch keinen gesehen der das hat egal ich fahre bevor zwölf hätte ich nicht oh der ist ja schnell kommen wir ab geht sofort die zeit ist wieder an du musst wieder aufpassen dass du ihn jetzt explodierst hier jetzt hab ich gehofft vor vier fünf sekunden der platz bist du nein ich gehe gleich wieder in die duft er ist doch scheiße ich wollte gerade verlassen was für ein opfer alter wer macht denn so einen scheiß an richtig behindert ich bin nur über eine fahrer der flammer ja der ramp ist hier alter ok ich kann auch gleich nein komm ja ich flieg euch raus halt mal schnell nach vorne ein da geht hallo ok einen rauskopf vorhin jawoll wir sind dann vor 10 könnte passen ja unnormal ich sag ja gar kein skill der typ hat kein skill der das einstellt alter richtig richtig daneben der hat sein Level nicht verdient und kann gar nix entgehen loser alter ja loser ey richtiger loser er nämlich nämlich ganz zu schauen ganz überniert ich habe ich habe immer noch ich habe immer noch aber das muss man sich wissen von drei wochen das versucht man sowohl er ja nein ich kann verdrücken fach und an der recht und rechts okay gut ok ab jetzt werde ich wollen allerdings ab und wochen eine Stunde und acht Minuten jetzt wäre schon Schluss nicht ja das stimmt eigentlich ist ich bin jetzt weg vom Fenster läuft doch ja läuft neue Trifffenden folge nicht gut ich weiß für diese dann wie viel die hat ach du scheiße 16 Spieler ich möchte auch dass ich da nicht mehr rausfliege von der von Lobby jetzt 16 Spieler für mich auch so wir haben nur wir haben nur eine Runde was für ein Fisch alter was für ein Loser 2 nein was ich lesen nein kann ich nicht wenn jetzt ist die Zeit aus alter Gott sei Dank ey das wäre es gewesen soll ich Edder nehmen mach das nein ich bin mir da jetzt äh den den schönen Nero ich hab den ETR genommen ja Nero auch gut ja musst aber bremsen wenn du in die Kurven reif hast im ETR nicht mehr ich muss gar nix mit ja Papa der Pup ich kenn mich aus mit Autos jetzt ja genau ich hab alles super sport ja ich hab nur 4 Autos nicht ich hab alles super sport ja ich starte ganz vorne lecker Formula Nero Custom sehe ich grad jawohl ich hab verloren 100 Teileris fährt gar nicht hier 2 Teileris fährt 1 fährt 1 Entschuldigung R7b ok fass nicht ach du mein was gehts hier ab Leute tschüss daran 10 12 1 1 noch 1 2 10 10 12 auf 10 2 8 8 vielleicht 8 8 8 das geht wohl schnell Leute das geht wohl schnell Leute 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 4 3 4 1 3 1 2 1 1 2 3 4 4 4 5 5 5 6 5 6 6 6 5 6 6 6 7 7 8 9 10 11 12 12 12 12 13 15 15 15 17 12 12 15 15 15 15 15 20 15 Sorry. Komm überhol mich wenn du kannst. Überhol mich aber fair bitte. Alza! Dein Ernst du Hurnsohn Alter? Verkackt! Ey. Ja, ich fliege zu weit. Ich fliege zu weit. Ich fliege zu weit, eiskalt. Leute. Ich fliege zu weit. Das ist nicht gut, was hier an einer Stelle ist. Ich fliege zu weit. Ich fliege zu weit. Ich fliege zu weit. Wieder 9. Ja ich bin 3. Ich fliege zu weit. Ich fliege zu weit. Ich fliege zu weit. Nur weil du Punkt zu sparen. Das ist so. Ich fliege zu weit. Ich fliege zu weit. Schf Nein, ich bin Vierter. Ich bin Achter, doppelt. Oh, wieder rausgefallen. Meine Fresse, Alter. Wow. Fünfter. Sechster. Alter, hab ich hier getroffen. Jetzt warst du Achter. Kannst du auch stehen bleiben? Nein, ich fahr durch als Sechster einfach. Mir ist egal. Ja, da wo du hingehörst. Drei Plätze hinter mir. Schau ich da. Nein. Wobei die Fixer hier drehen mussten, weil die nichts mehr wissen können, meine Damen und Herren. Die Huse. Achter, ich bin Vierter. Vierter. Ich bin Vierter. Ich bin Vierter. Ich bin Vierter. Ich bin Vierter. Labe nicht rum, Alter. Halt's Mund. Halt's Mund. Weder noch. Ich hab' ja gesagt, Halt's Mund. Hast du gar nicht? Habe ich gehört gesagt. ja gerade in der gedanken vielleicht der kasse haben wir die gefällt mir nicht er sieht schöner aus genau als ob wir mal rein kneifen ich hätte nie gedacht dass hier die lise so reagiert wieso reagiert sie dann bitte jetzt ja nur ist jetzt kann man nicht antwort da heißt doch nicht dass in der englis los ist verrückt bist du rausgegangen wieso sah so aus die hat sich doch gefreut ja mit mir überraschung mit meiner überraschung deine überraschung er ist da ich habe eine gemacht da weiß ich nichts was die hochzeit ja hat sich mega gefreut und auf einmal ach hat mich für mich vergessen der junge man da der junge man hat sich erledigt für mich jetzt bist du ja in der jenny hinterher also von daher hat für jenny du hast mich gefragt ob jenny ein freund hat ja und heißt das ich sie liebe oder jetzt ne aber du magst sie magst sie auch hab ich das je gesagt nein ich gucke sie nur ja ich wollte rausgeschmissen ich auch seit überschreitung ich dachte ich gerade auch aber nein seit überschreitung läuft würde ich sagen du bist schuld ich schalte mal neu rein ok story alles klar ich auch ist immer so also für die die kein gta kennt das ist das ist doch im modus wo wir grad landen ich bin genau ich bin der wirkt manche die kontrolle gegen den fernseher ihr tipps oder muss gehen er kann auch wenn ich auch gerade bei welche sitzung ganz normal einfach nur wieder rein schon über einen rennen wieder rein ja mein erz ich mach renn weiter du musst ja nicht ich fahr aber weiter mach nichts militär basis attacke Stefan ist der kleine Biba-Wutzelmann. Stefan hat vorhin gesprochen. Über Party. Und? Alles gut. Hast du auch kein Eickel gekriegt, schade. Was? Hab ich schon? Dachte, du kriegst den Popo versohlt. Genau. Für was denn? Weil du mit ihr nicht gespielt hast. Also persönlich, wenn du nicht gespielt hast. Äh, Tessas Online, ne? Also du kennst den nicht, ich hab den auf einmal geendet, eine Scheiße geendet. Ist auch 20 Jahre alt. Ein Vibe. Aber nicht deutsch. Doch, deutsch, englisch, 20 Jahre. Wie heißt die? Äh, CluD95. C-L-U-D95. 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 Vielleicht guck mal zu ihr. Mach mal Foto. Was? Schick mal, äh, schick ich ja auch Anfrage. Wenn die private Topie hat, dann kann ich ja auch nicht sonst rein. Ich guck mal eben nach und die private ist bei ihr. So, ich bin gespawnt und mit. Alter. Die Welyn ist auf, was auf jeden Fall passiert. Das war klar. ich weiß nicht wusste ich muss sie nicht erzählen Alter in Ernst? Freundes Lüste hier? Ach du guckst zu oder was? Alles klar! Wer? Du bei mir! Nee Hä? Ich weiß nicht, was du sagst, ey Ja, wieso findest du sie denn nicht? Oh, kein mehr Beweis Kludi, Kludi Ach da oben ist die Nee, die ist bei mir noch nicht gewahrt Wie beitreten machen, um ob ich reinkomm Wenn du reinkommst, komm ich auch Mö Fähig Wie vor ist die Kludi Das so Und, kannst du join? Ja, sieht so aus. Dann schau ich dir jetzt aber auch mal daher. Ja, jetzt so nicht. Das liegt noch. Geht das ja nicht. Klar geht das. Bei mir, ich kann ja beitreten. Stefan, spiel beitreten. Na, warst du gesponged, Stefan? Ja, sieht so aus. Der eine ist gestorben, der eine ist gestorben, ja. Ja, da kann ich nicht hinterher joinen. Easy. Dann join wir dir mal hinterher. Warte, ich hab' eine Nachricht. Ach, hat die Partie anhand von mir. Yo, ich bin dann bei ihr. Oh, 21 Leute. Da sind 22. Wo wir machen, die Partie Einladung von mir. Kann ich euch diesen Hangar zeigen? Wer hat denn noch nicht keinen Hangar hier? Also, das wird schwer, jemanden zu finden, der keinen Hangar hat. Äh. Abgesehen von Justine, die hat keinen. Ja, also von der Ausstattung hier zum Beispiel. Da ist ja noch keiner. Die Luftrausstattung, Fernseher und so. Alles drin. Ein bisschen Schlafzimmer, was man mit einem Bild vor einer Flucht durch, äh, von einem Laserjet. Was immer mehr. Ich auch alles. Stefan, ich bin genau so reich wie du gewesen. Gewesen. Ja, ich hab auch jetzt noch 10 Millionen. Also jetzt 11, aber. 20 Leute drin. Nicht mehr. Ja, ich bin auch drin. Hallo. Claudie, kannst du mal enden kurz? 168 Level. Habst du dir Party Einladung geschickt oder was? Nein. Ich schreib mal über WhatsApp, wie sie geschrieben wird, weil. Guck dir, Handy, Mann. Du bist drin. Achso, okay, die Handy soll ich gucken. Ah, alles klar. Claudie. Uff. Gleich die dritte von oben. Auch nicht schlecht. Profil. Äh, versichtbar. Morse Mutual Insurance? How can we help you? Okay. Ich schreib lieber mit der Weste, oder? Ich komm mit der Weste fliegen. So. Anfrage versendet. Warum sie annimmt. Ja. Werde ich dann gleich sehen, wenn sie annimmt, dann ist gut. Lass mich mal in deinen Hangar einstecken. Wofür? Ich bin vor dir. Hä? Ich bin draußen. Achso, warte, ich komm raus. Ich fahre mit dir mit. Wir fliegen. Dann fliegen wir eben. Mein Gott. Ich bin geruf. Ich bin geruf. Ist passiert. Ich komm mit dir in die Hütze, ich bin geruf. Oh, sie ist schon rot. Liebe. I love it. Rot wie die Liebe. Oh, ich weiß nicht, ob das geht. Und du wachst. Es wird nix, es wird nix. Zurück. Das wäre ja was gewesen, wenn wir auf die Hütze sind. Ach, dann nehme ich mich an. Oh, sind die Froschabfrage angenommen? Ach was. Ach was, ja, stell dir vor. Warte doch, ja, warte. Wunderbar. Weißt du, ob ich die Hütze das hat? Der könnte ich so zu Partys und reinladen. Ich glaube nicht, der eigentlich. Er ist nämlich ein Ritze und Apparat, genau. Ich glaube auch. Das würdest du ja sehen an dem blauen Kreis. Das will ich jetzt passieren, dass es hier ist. Juhuuu. Oh Gott, wir werden sterben. Und das live. Vertraue ich dir aber nie in dein Leben an. Ich bin mal in der Welt, wie du jetzt bist. Achtung, Hochhäuser. Du fließt gerade über sie drüber. Ja. Ja, ich weiß. Ich ist das in der Welt. Oh oh. 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 Es war schief. Auto. Oh Gott. Okay, okay. Tschüss. Ja, nicht. Das ist so spannend. Jetzt so. Ich bin dran. Sturz. Alter, ich bin dran. Das ist live. Ja. Bei dir live. Ja, bei mir bin ich live gestorben. Hahaha. 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 I see you gewartet. I see you. Please. I see you. Bopi. 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 Oh. Hahaha. Alter, du abhör. Ich war hier zu ihm. Ich war hier zu dir. Nein. Hahaha. Hörst du nicht? Ich würde dich überraschieren. Hallo. 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 Reize-Fugzeug und so. Ich will mit dir zusammen da hinfahren. Nimm mich mit. Oh, du bist da. Ich bin da dabei. Ja, bestell mal. Du brauchst irgendwas, hm? Wenn du reinkommst? Let me know. Ähm. Ich bringe ihn bei. Ist gut. Ich bringe ihn. Siehst du denn aus. Äh, das hat, das hat schon immer was gesagt. Dass es so aus ist, ja. Das ist heute. Ah. Sie befehlt du Mast. Oh. Interessant. Also muss ich ja. Du kannst, du musst nicht. Ja, ich bin so, oder? Ja, ist in der Garage, oder? Ja. Wer wüsste? Keine Ahnung, wahrscheinlich im Büro drin. Nee. Okay. Irgendwo oben, was spazieren. Cool, ihr seid doch geantwortet. Klar. Was jetzt? Weiß ich nicht, frag ich sie gleich. Ich hab's immer gefragt, wie's dir geht. Ich fasz jetzt kurz. Ich fasz jetzt nicht. das erster geschrieben über gta-handy ich habe geantwortet hey also mir geht es gut ja auch gut und auch schätze hat weil wenn sie jetzt sagt ja da hatte ich sie auch ein so party wir können ja probieren probieren kann man das ja weiß wenn sie richtig heißt ich habe den vollen namen von dem auf jeden fall tessa und nachnamen also oben ist auf jeden fall schon mal niemand tessa warten ok auch gewöhnlicher name aber gefällt mir oh da pass ich mal ja da ging man hin da geht doch zum roh raus ich denke ich nehme mit dann nehmen sie mal mit genau woher geht es denn keine ahnung fachs was alter markiert schon warte ich frag warte ich frag warte ich habe sie jetzt geschrieben wohin und ob sie headset hat zu greden warte ich mit über gta-handy ja wenn ich das über kletterchen geschrieben hätte der wäre bei mir ein blauer bildschirm gewesen und das will ich meinen null zuschauern nicht zumuten warte ich lasst dem mit warte gta- warte war das warte 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 Und? Jetzt nicht, sagt es sie wegen Headset, aber sonst ja. Warte, was ist da, will ich sie? Okay, ich kann nicht lassen. Nur 68er. Okay, he's waiting. Das haben wir auch nicht gesagt. Aber erstmal würde ich mal sagen, dass du da ihre Dings da annimmst, ne? Oh, weg. Okay. Ja, ich glaube, sie hat uns gerade CEO eingeladen. Jetzt haben wir zwei andere Anwendungen. Also bei mir stand das eben da, dass sie eingeladen hatte. Ah, egal. Sie ist egal. Ja, Mann. Jetzt ist es auf Pause. Ich glaube, das ist sie. Ja, ich bin es nicht. Ja, ja, das ist doch besser. Schön die Kurve haben sie genommen, Herr Schmidt. Das machen sie wunderbar. Bleiben sie hinter dem blauen Auto. Bleiben sie da. Abstand halten und so. Ja, brav. Das machen sie wunderbar. Sie haben nicht geblinkt. Kommen sie sich über den Blinker. Passen sie auf. Oh Gott. Entschuldigung. Fast, Herr Schmidt. Fast. Was machen sie da? Das dürfen sie nicht. Vanillistisch. Alter. Lassen sie sich aber steigen. Ja. Zurückfahren, Versicherungsnummer und Schaden und so. Rausschreiben, Polizei rufen und... Ja. Warst du Polizei? Ich... Ich kenn die Polizei. Ich hab Polizei. Du hast die Macht, dies. Ja, genau. Handbremse. Und rum. Und sie steigt aus. Keine Ahnung. Was ist das? Wie das aussieht, ey. Ich dachte, man soll mit Fallschirm. Könnte auch mit Fußball noch aufklatschen, der Typ. Was ist das? Wir haben jetzt halt eine Zuschauer. Nein. Ich hab keinen. Ich glaube ich auch. Jetzt hab ich ja neu. Hey. Ja. Ja. Das ist sie. Yeah. Jetzt ist das passend drauf gegangen. Sexy. Charakter sexy. Ey. Ey. Der Britta, nicht meine G-Stick, alter. Affe, ey. Mia, geh weg. Was, alter? Was? Was? Was, alter? Ich hab ihn das sicher gefunden. Alter. Alter. Ah. Ah. Jetzt haut sie mich. Hahaha. Wieder gefloben. Was, alter. Oh. Ich hab's da wie Sterne. Ja. Ich darf ein Kim nicht mal kurz. Nein. Und ich hab ihn jetzt Zeit. Can I getrun? Und ich hab ihn da nicht. Und ich hab ihn. Ja. Und ich hab ihn. Ja. In der Hand. Ok. Der war das müde. Nein. Nein, sagt er. Einfach nein. Einfach nein. Ach ja. Toll. Toll. Ungebackt hier. Wo ist sie? Keine Ahnung, wo das ist. Keine Ahnung. Also zu mir gehört auf jeden Fall nicht. Wui. Äh. Äh. Ich glaub dich fack dem auf, was ich möchte. Also mir antwortest du die ganze Zeit. hat seine garage ich weiß ich liebe diese hallo ja geile sache ich habe es ein stream Okay, ich halte Lisa im Stream. Keine Zuschauer mehr. Laut YouTube wieder. Fährt sie es oder fährst du? Äh, sie fährt. Sie fährt? Ey, film mit, film mit, film mit, film mit, film mit, film mit. Danke. Ja, sie war da. Ja, sie war da bei dir auch. Ah, bei mir ist sie wieder anscheinend. Ich hab wieder einen Zuschauer. Ich bin das. Gut. Oh nein, ich darf mal geh weg. Nein, Spaß, bleib. Bei mir ist keine auch, also geh auch weg. Nein, bleib hier. Bitte, please. Ja, ich will aufsteigen. Siehste, ich hab diese am Stream. Yay. Ich hab voll die Berühmtheiten bei mir am Stream. Die ganze Zeit. Erst hier, ähm, Defair Studios. Lady Dory. Ja, guck, sie sind aber noch da. Haha. Ja. Geht's dir auch gut? Lisa ist noch da. Freut mich schön. Für sich, ey. Ja, ich freu mich auch. Ich fühl mich grad voll geehrt. Ui, hier sind jetzt zwei geile Autos. Zwei geile Autos, ist das klar. Meinst du, Schotthoff? Das ist nur für Physiker. Was ist jetzt hinten? Kann ich voll. Na, das freut mich, Alisa. Wolltest du dazukommen? Haha. Wenn sie schon mal da ist, kann man ja auch fragen. Das wär toll. Hallo, eins schießt auf mich, weißt du das? Markus Sie. Was? Machst du schießen? Der schießt gar nicht. Der schießt gar nicht bei dir mit drin. Ich sitze ich bei dir mit dem Auto. Ja, hinter mir aber. Oh, war nächstes Mal, dein Lisa. Ja, sie musste ich heile. Ich auch gleich. Obwohl ich hab nur um 10 bis 16 in der Schule erst mal. Lisa, kannst du ja noch ein bisschen bleiben, Stefan. Naja, ist doch schon so weg zu nur wieder, ne? Ja. Und? Und? Ja, du bist ja schon seit zwei Stunden. In zwei Stunden jetzt. Ja, wir kommen im Club, ne? Würde ich sagen. Ja, du siehst schon wieviel lange? Auch zwei Stunden. Alles klar, und tot. Alles klärchen. Stefan auch. Ne, ich bin in der Garage drin. Versteckt von euch. Hast du eingeladen zur Garage, ja? Ich versuche die Kluge. Ich komm rein, wenn sie reinkommen. Ist sie rein? Ne, noch nicht. Ich hab sie eingeladen gehabt. Aber ich hätte sie gefragt, du sie auch nicht... Okay, ich rette mich mal eben. Ich hab mich mal dank dir gerettet. Sonst wär ich wieder darauf gegangen. Alles. Ich will ja nicht dauerhaft sterben, ne? War doch keinen guten Eindruck bei Lisa. Wir können ja gar nicht in GTA. Dauernd sterben hier. Ach ja. Jetzt fehlt noch Luchi, da hab ich alle durch. Im Stream. Ist doch so. Er hat Perf Studios im Stream gehabt. Jetzt ist Lisa hier drin. Ne, Junge ist drin. Jetzt sind noch Luchi. Gludi ist nicht drin in der Garage, ey. Noch nicht. Noch nicht. Ja, noch nicht. Ja, noch nicht. Doch. Warte. Haben wir gleich. Ah, ne. Jetzt halt noch mal ein. Vielleicht kommt hier noch nach. Ich hab ja grad geschrieben. Komm rein. Genau. Ja. Ja, wenn ich hier schreibe, komm rein, dann kommt die rein. Ja, wenn ich hier schreibe, komm rein, dann kommt die rein. Ach. Ein Zuschauer. Ja. Ein Zuschauer, dieser ist dann weg wahrscheinlich. Wenn du noch zuguckst, dann bist nur noch du da, ja. Ja. Concludi. Mensch. ich feiere mich gerade so war es auch in deinem stream wird auch ausgeschrieben war am stefan doch haben das wieder diskutieren geht sich gerade der mann unter die ganze zeit achte markus kann mir helfen vielleicht was wobei ein ein Auto muss hier raus wenn in den Wien den Vision muss er in den Wien in der Batman-Auto muss einer raus wie sie ohne in dem dem den ETR hier weg in der DIN hier hinten weg was die ETR stehen in der Farbe alleine und Prozent in den Wiener aus den hier nicht der Wagner hier den hier schön überlegen dann oben einen Tage hoch höher was wegzunehmen nicht hier ja warte weg gehe ich einmal hoch und guck da ich finde da bestimmt auch ein Auto was raus kann auch sortieren hier ausmisten liebster hier wie ein Messi wie die Autos hier oben hihihi hier die Banshee kann weg ja die ist halt so Kuh-Banshee ja andere andere da rumstehen heute schon ja komm lass rumfahren willst du sie sonst da hinbringen hin teleportieren? ich könnte dieser jetzt zum Moderator machen ne? hihihi 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 könnte ich aber eigentlich tun ne? mach doch ja mach ich auch warte ich mach das jetzt ich schwöre ich mach das Ending Scream von Lady Laurie ich muss halt diesen OAL Dingsbums da haben oder sonst geht das nicht hm hm ah fuck falsch Wollt's nicht umparken, hast du gesagt? Was? Wollt's nicht umparken? Nee. Nee. Dann gehen wir da drauf. Ja, ist gut. Nein, nicht du. Ich weiß, was ich nicht gemeint bin. Gut. Tut 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 tut. Ich bin sehr gut. Ja. Ja. Oh, was passiert hier? Was? Wieso geht das nicht? Tja. Weiß wieso nicht. Na toll. Lisa muss in-stream drinnen bleiben, damit ich sie zum Moderator machen kann. Mano. Ja, Lisa ist bot. Geil. Überlistet. Jetzt ist Lisa blau. Ey, du darfst mich... Alles klar, Alter. Was hat denn jetzt? Fick hat er. Wollte einsteigen bei dir und wurde rausgekickt. Ich darf er nun nur bitte ab. Ich darf zu dir... Schau dir dazu Stefan. Was? Schaust du grad bei mir dazu oder wer ist das gerade? Nee. Da muss schon auch einer dazu, ich weiß nicht, wer heute ist. Unheimlich. Ein Geist. Hätte er weg. Könnt mich mal jemand abholen, das wär immer toll. Bitte. Weißt du was? Da schreib ich dir das jetzt. Was? Dass sie mich vertrauen möchte. Da. Ups. Au. Da wurde ich umgefahren. Yay, Justine ist da. Guck mal, Lady Laurie ist bei mir im Spügen gewesen. Und es ist die Moderator. Hallo Justine. Danke Stefan doch fürs Abholen. Hehehe. Danke Stefan doch fürs Abholen. Hehehe. Diese Hupe, ne? Oh Mann. Kopf... Äh, Ohrwunden. Die Ding. Die Ding. Ich hinschirr der Kies im Bus. Die Ding. Die Ding. Die Ding. Die Ding. Ich hab keine geile Hupe der Bus. Aber egal, ich fahren noch nichts. Hauptabend ging die Tür. Ja Stefan, gib mal Gas. Nee, nee. Ach schade, nicht? Ich hab dir falsch im Bus. Hehehehe. ich habe ich war im roten drin aber nicht bei dir je nachdem bis der abfall würde ich sagen also solange ich da war noch an bleibt wird auch noch streamen mit denen mein volkser dazu kommen wieder ich freue mich zur nordsee ja du deine nordsee ne das ist es gibt keine nordsee geht ja ja dann musst du dann musst du richtig fahren das macht er dann ja jetzt lieber passiv modus gehen wenn du schon richtig fahren willst das haben wir gleich weggebombt keine ahnung okay justin muss uns jetzt wieder ausstehen guckst du jetzt auch bei mir zu oder was wir haben doch 100 likes geknackt danke an justin und danke an lisa und an die anderen alle also da war jetzt ja heute lisa da du warst da steffen war da jeremy annika alter volles haus hier tony justin what the fuck alle vorhanden ich fand so schnell ich gehe mal kurz ich habe das nicht aufstehen kann ich würde jetzt aufstehen und dich fahren nach fahrt war schmeinen wenn sie kicke pausse brauchen dann können sie sagen sie bescheid hier der busfahrer der ist für sie ich bin nicht raucher herr busfahrer sind raucher schäme sich ich kann dich leider nicht töten ich kann nicht schießen auf dich jedenfalls unser bus ist bist du vorne alter ey ich hab's gehört okay wenn du es gehört hast ey wir sitzen uns ich bin schon sicher sie sind 30 das ist ein unterschied oder mal wenn du es gehört hast mal wenn du es gehört hast mal busfahrer mal busfahrer ja jetzt schaust nur noch du zu wie es aussieht ich hab' ich noch einen zuschauer ich hab' ich noch einen zuschauer äh ist es Justin wieder oder ja hallo wie auch immer da grad ist hui reichkugeln in dein gesicht gib ihm gib ihm gib ihm wir streamen dass er abfällt dass Stefan nicht mehr kann hui 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 nein wenn du anhetzend rauchen tust zünde ich dich an genau du wirst sagen gezündet dann gebe ich dir feuer unterm arsch alles gleich eine kleine bus tour für die die zugucken den bus auf der autobahn sieht man auch selten äh durchgezogene linie und so kollege ja ja doch eben war's los ha das team ist noch da huu gleich schnell und ich wahrscheinlich gleich schnell oh scheiß fliege man danke fliege ey die nervt ich muss gleich hier mal die fliegeflasche holen ja gleich schnell fast fast ja ihr seid gleich schnell ja nicht nur fast ist so jetzt hat er dich überholt oooh ich weiß nicht doch er macht dich platt manche fliege verpiste ich mal das ist echt nervig hier das ist echt nervig hier doch er hat der erste war noch vor dir der linke der in der Mitte überholt dich jetzt auch gleich da geht das jetzt links rüber ziehen einfach so zack ich weiß doch schön angst machen der bildet sich stauf haben wir noch nichts rüber boah wie stauf das leute hinter mir alle vorbei ok ey wir haben bull nein haben wir nicht alter wow was soll der denn jetzt ja woher kommt er wohl ich hab grad geschossen deswegen ist er so aufjagd geworden ist ihr wohl da rechts leut liebe sehr geehrte fahrgäste sie sind gleich in der nordsee nein das bin ich noch lange nicht nordsee gibt es nicht im gta sehen sie gleich nein sie werden hier beholter busfahrer wie fahren sie denn außerdem ist immer so nice der busfahrer ist immer so ich gehe mit meiner laterne und meine laterne mit mir aber wir haben sterne ah hi jule schön dass du da bist ach so leut julius bei dir alles klar ja was mit annika ist die ist jetzt gerade im ferienlager und macht knete und ja wir sind noch nicht da ah Stefan wie fährst denn du da geh ich runter aber ok ne das ist schon bewusst wir sind in den nordsee angekommen nein sind wir noch nicht wir sind noch auf land ja jetzt guck mal ob du die kurve kriegst ohne dass du zurücksetzen musst na das könnte eng werden ne bumm alles klar mit dem zorn umgefahren sehr geehrte fahrgast und angekommen nordsee verdammte alter was das fliege nervt ja die fliege nervt ganz verrückt hier hier geht's lang kein fahrgast nein hier ist die ich will schwimmen gehen wir schwimmen äh ja Stefan screed auch Stefan Schmidt Julio geht's ich glaub ich habe zusammengeschrieben wir haben uns lange schon gehört richtig gehört hat er gesehen beides sie kann ja zu uns stoßen wenn sie möchte ich will in der nordsee ist ja nicht egal schreib mal in mein stream rein wie dein kanal ist Stefan weil justin fragt gerade ob du auch streamst oder wenn ja wie dein kanal heißt äh hab das so nachgeschrieben der schick das der 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 Gute Neustier, ne? Guck mal hier Sand, überall Sand, schön, ne? Dein Kanal sollst du reinschreiben, du Fisch. Hab ich doch. Du hast geschrieben, hey, hier bin ich. Ja, kannst du mal auf den Kanal hingehen. Homo. Steckerei nach vorm Streamende hier, bevor du gehst. Alles klar, mit Gaffe, du bist ja ne feige Sau. Komm, Faustkampf, Alter. Komm, Faustkampf, ey. Feige. Doch, komm. Faustkampf. Pst. Nein. Pst. Pst. Nein. Du geh nicht schlafen, ich sag'n so. Nee. Ich geh, wenn du gehst, ja. Dann mach' ich auch aus. Dankeschön, Juli, dir auch. Weil wenn du schlafen gehst, gute Nacht ist man schon hier. Komm, wir fahren. Komm, wir fahren. Komm, wir fahren. Drei, zwei, eins. Guck mal, hier rüber, ich will nicht mit sterben. Bumm. Ich bin dann auch gut ausgestiegen. Unverständlich hier. Drei, zwei, eins. Und tot. Komm, ich darf einfach in Faustkampf. Nee, 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 nee. Doch, komm, Faustkampf. Oder hast du Angst zu verlieren. Keine Ahnung, raus. Gut. Naja. Zwei Zuschauer. Yay. Ey, wie ich mich feiere, dass Lisa auch da war, ne. Krass. Ich fass' das immer noch nicht. Ich komm' darauf grad nicht klar. Ich auch nicht. Hätt's dir auch nicht gedacht, ne, dass die von mir hier in Stream auftaucht. Oder wegen der Face Game. Ja, wahrscheinlich. Du musst dir auch eine holen. Alter. Wie du weggeflogen bist, alter. Alter, was ist das? Alter, warte mal, warte mal. Das ist die Polizei. Ach so. Da war's gestorben. Okay, ich auch. Easy. Okay. Ich glaub' aber, dass ich auch dann langsam mal heiern geh. Ja, mein Stream läuft zwei Stunden fünf. Äh, zwei Stunden 21. Gut. Dann sag' ich jetzt trotzdem mal, schon mal, dass ich jetzt schon mal, dass ich jetzt bin. Danke für alle, die zugeguckt haben. Alle, die reingeschaut haben, wie er gesagt. Alle, die da waren. Und an alle die, die wir im Nachhinein sehen, viel Spaß euch noch. Ich werd' jetzt hier, ähm, erstmal Schluss machen. Und bis zum nächsten Mal. Ja, ich will mich auch voll auf Abschirm für euch. Danke, dass ihr alle da wart. Tschaui.